Liebe Schüler und andere Interessierte, in diesem Video will ich euch einen weiteren Zugang zur Geradengleichung im dreidimensionalen Raum zeigen. Stell dir vor, du bist gerade hier unterwegs. Da ruft dich dein Kumpel an, dass er mit seinem Auto auf dem Weg zu dir mit einer Panne liegen geblieben ist. Allerdings könnte er sich an verschiedenen Punkten befinden, die alle an einem geraden Streckenabschnitt liegen. Wie gelangst du am besten zu ihm? Dieses Problem kann man mathematisch mit einer Geradengleichung modellieren. Was man zu einer Geraden wissen muss, ist folgendes. Was ist eine Gerade? Wie wird eine Gerade beschrieben? Und wie stellt man eine Gerade auf? Während eine Strecke geradlinig von einem Anfangspunkt zu einem Endpunkt verläuft, also durch diese beiden Punkte begrenzt ist, ist die Gerade durch diese beiden Punkte unendlich langen. Und das sowohl im zweidimensionalen als auch im dreidimensionalen. Die Lage einer Geraden im Koordinatensystem wird durch einen Aufpunktvektor a und einen Richtungsvektor v beschrieben. Ich habe jetzt a und v gewählt, aber natürlich kann man auch prinzipiell alle anderen Buchstaben verwenden. Setzt man beliebig viele Richtungsvektoren aneinander, so erhält man jetzt die Gerade. Man schreibt dies folgendermaßen auf. Die Gerade G besteht aus allen Punkten X, die man erreicht, indem man zuerst den Aufpunktvektor abläuft und danach von diesem Punkt aus eine beliebige Anzahl von Richtungsvektoren abläuft. Ich habe dazu auf diesem Kanal auch ein Video gemacht, wo ich versucht habe, Punkte auf einer Geraden zu erreichen, indem ich im Koordinatensystem auf einer Geraden laufe. Wichtig ist zu verstehen, dass der Richtungsvektor nicht nur ganzzahlige Vielfache annehmen kann, sondern jede beliebige Länge. Dies kann ich hier mit den grünen Pfeilen nur andeuten. Deshalb ist es wichtig, bei einer Geradengleichung immer dazu zu schreiben, dass der Parameter in unserem Fall k, mit dem der Richtungsvektor multipliziert wird, aus den reellen Zahlen stammt. Das heißt, der Richtungsvektor kann jede beliebige Länge annehmen und dies gewährleistet, dass unsere Gleichung wirklich jeden Punkt unserer Geraden enthält. Diese Schreibweise von einer Geraden wird auch Parameterdarstellung genannt. Zurück zu unserem Freund mit der Panne. Um ihn am schnellsten zu erreichen, ist es sinnvoll, zunächst die Auffahrt zur großen Straße zu nehmen und von dort aus genügend lange in die richtige Richtung zu fahren. Um die Geradengleichung der Straße nun aufzustellen, fällt uns nur noch ein geeignetes Koordinatensystem. Jetzt musst du nur die Vektoren im Koordinatensystem ablesen. Solltest du mit diesem Schritt Probleme haben, dann schreibe das bitte in die Kommentare. Ich habe auch ein Video zum Einzeichnen von Vektoren in das Koordinatensystem für dich. Und schon haben wir die Geradengleichung. Nun können wir die drei Orte suchen, an denen sich unser Freund befinden kann. Der Punkt P liegt direkt gegenüber dem großen Baum. Das heißt, um den Punkt P zu erreichen, müssen wir in der Geradengleichung für K die Zahl 1 einsetzen. Das bedeutet, P erreichen wir, indem wir zuerst den Aufpunktvektor entlangfahren und dann einmal den Richtungsvektor abfahren. Um den Punkt Q zu erreichen, müssen wir von der Auffahrt die dreifache Strecke zurücklegen. Folglich müssen wir in die Gleichung für K den Wert 3 einsetzen. Und um zum Punkt R zu gelangen, müssen wir die 1,5-fache Strecke bis zum Baum zurücklegen. Allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Das bedeutet, wir erreichen den Punkt R, indem wir in die Geradengleichung minus 1,5 für K einsetzen. In Klausuren gibt es oft folgende Aufgabenstellung. Bestimme die Gleichung der Gerade, die durch die Punkte P und Q verläuft. Um diese Aufgabe zu bearbeiten, ist es sinnvoll, dir zunächst aufzuschreiben, was gegeben und was gesucht ist. Es sind also die Koordinaten der Punkte P und Q gegeben und es soll die Geradengleichung ermittelt werden, die durch diese Punkte verläuft. Jetzt machen wir uns eine kleine Skizze. Hier etwa liegt unser Punkt P und Q liegt etwa hier. Das heißt, wir verwenden einen Punkt als Aufpunkt und bestimmen von ihm aus den Vektor, der uns die Richtung der Geraden anzeigt. Somit erhalten wir unseren Aufpunktvektor, indem wir den Vektor vom Ursprung bis zum Punkt P berechnen. Ach ja, das ist ja einfach der Ortsvektor von P. Und jetzt noch den Richtungsvektor. Dieser entspricht dem Verbindungsvektor von P zu Q. Also rechnen wir Spitze minus Fußpunkt und bekommen unseren Richtungsvektor der Geraden. Das war doch jetzt gar nicht schwierig. Setzen wir unsere beiden Vektoren nun in unsere allgemeine Gleichung ein. So sehen wir, dass die Gerade durch alle Punkte beschrieben wird, die von unserem Aufpunktvektor K mal entlang des Richtungsvektors entfernt liegen. Man hätte genauso Q als Aufpunktvektor verwenden können. Du kannst ja mal als Übung das selbst versuchen. Halte einfach das Video an. Die Lösung findest du am Ende des Videos. Ich fasse dir nochmal alles zusammen, was du wissen musst, um eine Gerade durch zwei Punkte mit Hilfe von Vektoren zu bestimmen. Ich empfehle dir auch, dies eventuell abzuschreiben, damit du das besser merken kannst. Sind also zwei Punkte gegeben, durch die eine Gerade verlaufen soll, finden wir die Gleichung, indem wir einen Aufpunktvektor und einen Richtungsvektor bestimmen und diese beiden Vektoren in die allgemeine Geradengleichung einsetzen. Man ermittelt also über einen beliebigen, frei wählbaren Punkt auf der Geraden den Aufpunktvektor und berechnet dazu den Richtungsvektor, indem man vom Aufpunkt aus den Verbindungsvektor zum anderen Punkt bestimmt. Diese beiden Vektoren muss man jetzt nur noch in die allgemeine Formel einsetzen und schon sind wir fertig. Wenn du diese Gerade nur noch einzeichnen willst und nicht mehr sicher bist, wie das geht, dann habe ich auch dazu ein Video auf diesem Kanal. Oder du willst wissen, wie du die Lage von zwei Geraden bestimmst oder eine Ebene aufstellst. Auch dazu habe ich für dich ein Video gemacht. Was hätte ich jetzt noch vergessen? Hier noch die Lösung zu unserem Beispiel, wenn man q als Aufpunkt nimmt. Die Gerade hat dann die Koordinaten von q als Aufpunktvektor und den Verbindungsvektor qp als Richtungsvektor. Setzt man die Punkte ein, erhält man folgende Gleichung. Und bestimmt ist dir aufgefallen, der Richtungsvektor ist genau der negative Vektor vom Richtungsvektor zuvor, weil er ja genau in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Jetzt haben wir alles. Wenn du Anregungen zu diesem Video hast, dann würde ich mich freuen, wenn du dies in die Kommentare schreibst. Das sind meine ersten Gehversuche hier als Lehrer auf YouTube und ich bin mir bewusst, dass ich noch viel lernen und verbessern muss. Deswegen hilft mir dein Feedback sehr. Auch Anregungen für weitere Themen wären interessant. Viel Spaß und bis bald.